Das ist doch Floro. Hast du Angst vor mir? Hast du Angst vor... Wir möchten ein Spiel spielen. Ihr befindet euch im Panikruhen. Rechts von euch liegt eine blutdürstige Untote gefesselt in ihrem Bett. Sucht mit euren Taschenhanden den gesamten Raum ab. Was meinst du, was ich gesagt habe? In ihm erfindet sich ein Rätsel, das ihr lösen müsst. Und ihr dürft ihr Gegenstand im Zimmer benutzen. Doch es wird euch nicht jeder Gegenstand etwas nützen. Arbeitet im Team. Sonst seid ihr verloren. Und ihr seid ihr seid.